Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. In diesem Video würde ich gerne mit euch über das Thema T-Shirt Business starten sprechen und vor allen Dingen möchte ich gerne mit euch über ein Software-Tool sprechen, nämlich das Tool Flying Upload. Für die Leute, die bereits ein T-Shirt Business haben, ihr werdet wissen, dass jetzt langsam wieder so die interessanten Monate des Jahres starten, nämlich Q4 steht vor der Tür und in Q4 werden die meisten von euch sicherlich das meiste Geld im Jahr machen. Genau deswegen ist es jetzt schon so wichtig, sich auf Q4 vorzubereiten, um viele neue Designs zu publizieren, die richtigen Designs online zu lassen, die Designs, die sich vielleicht nicht lohnen, offline zu nehmen und so weiter und so fort. Ich möchte dir hier in diesem Video ein Software-Tool zeigen, mit dem du dein T-Shirt Business automatisieren kannst, nämlich gerade auch jetzt, wo sich viele neue Märkte geöffnet haben, ist es ganz, ganz wichtig, dass du nicht mehr deine Designs einfach nur manuell hochlädst oder Tools verwendest, die vielleicht einfach nicht konform sind mit bestimmten Plattformen oder die vielleicht auch einfach nicht sinnvoll sind. Es ist jetzt wichtig, sich vorzubereiten auf Q4 und vor allen Dingen auch Tools zu verwenden, mit denen du dann in Q4 auch richtig ordentlich Geld verdienen kannst. Also es soll heute hier in diesem Video um das Automatisieren von deinem T-Shirt Business gehen und ich möchte dir ganz praktisch zeigen, wie du mit einem einzigen Tool deine T-Shirts auf unterschiedlichsten Plattformen publizieren kannst. Mehr dazu aber gleich nach dem Intro. Ich persönlich verwende Flying Upload auch für mein eigenes Unternehmen und ich muss ehrlich zugeben, dass ich damit immer bisher sehr zufrieden war. Ich habe euch mal die Software in der Videobeschreibung verlinkt, wenn ihr euch auch Flying Upload holen möchtet. Machen wir es auch mal ganz praktisch, schauen wir uns einfach mal an, wie dieses Tool hier funktioniert. Zuallererst gibt es natürlich hier praktisch dieses Interface und ich muss ehrlich zugeben, dass die Benutzerüberfläche von Flying Upload unglaublich einfach ist. Jetzt gibt es eigentlich nur zwei Dinge, auf die ihr achten müsst, nämlich einmal die Edit-Funktion und einmal die Upload-Funktion. Das heißt, wir können hier jederzeit uns unsere Designs anschauen, wir können Keywords verändern, wir können Beschreibungen verändern, wir können beispielsweise auch auf bestimmte Einstellungen eingehen und so weiter und so fort und wenn wir dann damit fertig sind, können wir jederzeit auch die Designs hier in die Upload-Sektion hochladen und können dann direkt das Design auf den unterschiedlichsten Plattformen publizieren. Das heißt, mit Flying Upload haben wir vor allen Dingen folgenden Vorteil, nämlich wir nehmen einmal die Designs, laden die hoch, verändern sie, wenn wir wollen, also praktisch die Beschreibung zum Beispiel, die Keywords und dann laden wir sie hoch auf zum Beispiel, sagen wir mal, 5 oder 7 oder wie viele Plattformen auch immer und müssen uns nicht auf diesen jeweiligen Plattformen erstmal die Accounts erstellen und dann halt manuell das Ganze machen. Alles manuell zu tun, ist meines Erachtens absolut unnötig. So, klicken wir einfach mal kurz hier auf Edit und jetzt sind wir praktisch in diesem Bereich hier von der Benutzeroberfläche und wir können jetzt zum Beispiel eins von unseren Designs nehmen, ich ziehe das jetzt einfach mal hier so rein und dann können wir uns zum einen erstmal das Design anschauen, ob das alles auch wirklich so passt. Das habe ich hier zum Beispiel im Format 4.500 mal 5.400 und der Titel zum Beispiel von diesem Design hier ist Waldgeist. Dann kann ich jetzt darunter mir die Beschreibung anschauen und dann haben wir hier auch die sogenannten Tags. Wenn ich möchte, kann ich jetzt hier auch jederzeit nochmal Informationen bearbeiten, das heißt, ich könnte hier zum Beispiel noch etwas hinzuschreiben, ich könnte auch, wenn ich möchte, hier unten weitere Tags hinzufügen, wenn ich das möchte und so weiter und so fort. Das heißt, diese Funktion haben wir jetzt hier vorliegen. Das Schöne ist auch, dass im Flying Upload eine Übersetzungsfunktion vorliegen hat, dazu muss ich hier einfach auf Translate klicken. Dann hier unten haben wir auch noch ein paar andere Optionen, nämlich wir können uns hier anschauen, was es für ein Typ, sage ich jetzt mal, ist, das heißt, für welche Art von T-Shirts bzw. Merchprodukte wir es verwenden können, dann auch die Farbe von dem Produkt, zum Beispiel in diesem Falle hier White und wir können auch hier nochmal in ein paar weitere Einstellungen reingehen, zum Beispiel auf Amazon, das heißt, wir können hier dann beispielsweise noch den Preis festlegen für den jeweiligen Markt, wir können hier oben das Produkt festlegen, zum Beispiel, ob das ein Standard-T-Shirt sein soll, ein V-Neck-T-Shirt, ein Tanktop, ein Longsleeve, ein Raglan, Sweatshirt, Pullover und so weiter und so fort. Also auch hier zum Beispiel Zip-Hoodie, Popsockets, Grip, iPhone-Cases, Samsung-Cases und so weiter und so fort. Dann können wir hier auch die Print Availability praktisch hinzufügen, also zum einen halt Print, wie gesagt, Front oder Back und dann die Availability Public oder Private halt und dann nochmal Submit, Review oder Draft und dann darunter auch nochmal können wir einige Informationen einfügen, wie, wie gesagt, den Brandnamen, dann natürlich auch den Titel, dann wie gesagt einige Stichpunkte und dann darunter auch nochmal die Beschreibung. Wenn ich damit durch bin, klicke ich einfach auf Save und dann werden diese Inhalte hier übertragen. Ich kann das Ganze natürlich auch mit weiteren Designs machen. Nehmen wir mal noch dieses Design hier, ziehe ich es mal kurz hier rein und hier haben wir zum Beispiel ein Design rund ums Thema Motocross, das heißt hier steht dann Motocross-Fahrer als Titel, dann die Beschreibung ist Motocross ist eine Motorrad- und Quad-Sportart, dann Motocross-Leidenschaft, Biker-Extremsport, Motorradfahrer, Motorrace, Helm, Offroad und Racing und hier auf der rechten Seite haben wir nochmal die Hintergrundfarbe, die ich mir auswählen kann. Zum Beispiel halt kann ich jetzt hier schwarz eintragen, ich kann farbig eintragen, ich kann blau eintragen, grün eintragen, rot eintragen und so weiter und so fort. Ich denke in diesem Falle hier sieht sicherlich schwarz am besten aus. Schauen wir nochmal uns ein paar andere an. Ich denke blau ist auch gar nicht so schlecht, aber ich denke mal schwarz ist in diesem Falle hier die beste Option. Auch hier wie gesagt immer die Translation-Funktion und dann hier unten können wir auch nochmal die Optionen uns nicht nur anschauen für Amazon, sondern auch für die Plattform Display. Das heißt hier kann ich dann auch nochmal einige Informationen eintragen. Hier haben wir auch wieder den Titel, die Beschreibung, wir können hier unten auch die Kategorie auswählen und so weiter und so fort. Zum Beispiel jetzt in diesem Falle, was wäre das für eine Kategorie? Schauen wir mal, da könnten wir zum Beispiel die Optionen, obwohl Cars, ich weiß nicht ob Cars so gut passt, sagen wir einfach mal Cars oder zum Beispiel vielleicht Man Cave wäre, denke ich mal, gar nicht so schlecht. Oder möglicherweise haben wir noch eins, was vielleicht besser passt. Vielleicht Sport könnte ganz gut hier passen, weil ich meine Motocross ist ja ein Sport. Genau und wenn wir damit durch sind, klicken wir einfach hier unten auf Save und dann haben wir das auch fertiggestellt. Wir können auch hier wieder die Hintergrundfarbe verändern, können also zum Beispiel sagen, ob wir dieses Dunkelblau bzw. fast schon Lila haben wollen, dann wie gesagt Rot, das ist denke ich mal eher ein Lila, dann Blau, Grün und so weiter und so fort. Die ganzen Optionen können wir hier auch jederzeit wählen. So und wenn wir dann damit durch sind, dann passiert einfach nur Folgendes, nämlich dann können wir jederzeit praktisch zum nächsten Schritt übergehen. Wir könnten dann zum Beispiel hier in die Upload-Funktion reingehen, klicken wir einfach hier auf Upload und können dann die jeweiligen Designs auf den unterschiedlichen Plattformen hochladen und ihr seht es hier mit Flying Upload kann ich auf unglaublich vielen Plattformen hochladen, zum Beispiel halt auf Merch bei Amazon, auf Redbubble, auf Spreadshirt.com.de, dann T-Public, Society6, Teespring, Sazzle, Displayed, Printful, Threadless, Shirty und sogar auch Fine Art America, was ich ganz interessant finde, weil bis vor einiger Zeit kannte ich im Echtzeit noch gar nicht Fine Art America, ich hätte erst durch tatsächlich Flying Upload von der Plattform gehört und das Schöne an Flying Upload ist, dass Flying Upload durchgehend neue Plattformen hinzubringt. Das heißt, es ist nicht so, dass du einfach nur auf 5 Plattformen publizieren kannst oder auf 10 Plattformen oder wie viele noch immer, sondern es ist so, dass Flying Upload halt durchgehend neue Plattformen hinzutut. Das heißt, dass ihr auch durch Flying Upload einfach eure Reichweite vergrößern könnt, auf mehr Plattformen publizieren könnt und dementsprechend auch mehr Geld verdienen könnt. Und ich glaube, das ist auch einer von den wirklich, wirklich großen Vorteilen bei Flying Upload. Wir können jetzt hier einfach auf Start klicken und können die jeweiligen Designs dann auf den jeweiligen Plattformen hochladen. Das ist wie gesagt so einfach, wie es aussieht, einfach hier wie gesagt auf Start klicken und dann kann es auch schon losgehen. Übrigens, wenn ihr an so einem Design hier arbeitet, wir können ja nochmal auf die Edit-Funktion hier klicken, könnt ihr auch jederzeit einen Trademark-Check machen. Das heißt, ihr könnt auf die jeweiligen Wörter draufgehen, zum Beispiel sagen wir auf Folklore. Könnt ihr also praktisch dann zum Beispiel einen Rechtsklick machen und könnt dann nach dem jeweiligen Trademark schauen. Und wenn ihr dann gesehen habt, okay, da liegt wie gesagt keine Verletzung vor, dann könnt ihr einfach hier jederzeit auf Upload gehen und dann die Designs hochladen. So einfach ist es wirklich, Flying Upload zu verwenden. Ich wünschte, als ich damals in meinem T-Shirt-Business anfing, dass es das damit schon tatsächlich gegeben hätte. Leider gab es das nicht, jetzt gibt es das und ich glaube, für euch ist das einfach ein riesiger Vorteil, weil ihr damit auf mehreren Plattformen zur selben Zeit publizieren könnt und damit unglaublich viel Zeit spart. Um euch Flying Upload holen zu können, müsst ihr einfach nur auf flyingupload.com gehen. Dann geht ihr hier oben auf Store und geht dann hier auf die Option Print on Demand. Das Schöne ist, dass Flying Upload auch eine Option hat für Kindle Direct Publishing. Das heißt, ihr könnt dann auch euer zum Beispiel No- bzw. Low-Content Buch Business mit Flying Upload aufbauen. Das Ganze geht auch unglaublich einfach und dazu habe ich übrigens auch ein weiteres Video hier auf diesem Kanal. Das heißt, da habe ich auch ein Tutorial zu. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch das auch jederzeit anschauen. So, klicken wir einfach mal kurz hier auf Print on Demand und hier haben wir dann das Tool, das ich euch eben gerade gezeigt habe. Es gibt wie gesagt da mehrere Pricing Plans, nämlich einmal halt den Beginnerplan für 7,15 Euro pro Monat, dann den Pro-Plan für 44,95 Euro und dann den Advanced-Plan für 22,45 Euro und alle von diesen Plänen sind absolut Hammer. Ich kann es euch auf jeden Fall nur empfehlen. Ihr spart dadurch unglaublich viel Zeit. Das Geld, was ihr hier in das Tool ausgebt, werdet ihr eigentlich sehr, sehr bald auch schon wieder drin haben. Und glaubt mir, solchen Tool euch nicht zu holen, ist einfach nur Sparen an der falschen Stelle. Nämlich, ihr könnt natürlich die ganzen Designs auch manuell auf den jeweiligen Plattformen hochladen, bloß ihr gebt dafür, sagen wir mal, maximal 44,95 Euro im Monat aus. Glaubt mir, wenn ihr die ganzen Designs da manuell hochladet, dann werdet ihr wahrscheinlich Stunden am Tag dafür investieren müssen und das sind, denke ich mal, 44,95 Euro im Monat absolut fair. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mir das Tool geholt habe. Es ist eines der günstigsten Tools, das es auf dem Markt derzeit gibt und meines Erachtens auch das Beste, weil es einfach die meisten Funktionen aufweist. Ich habe hier das Tool einfach mal in der Videobeschreibung verlinkt. Ich würde euch sehr empfehlen, euch einfach mal das Tool anzuschauen und es euch dann auch zu holen. Ich kenne das Team auch hinter Flying Upload. Das sind wirklich, wirklich tolle Leute, die dort arbeiten. Und ich denke, die werden halt auch im Long Term noch dieses Tool immer weiter verbessern. Das war es dann heute hier für dieses Tutorial. Vielen Dank, dass du dir angeschaut hast und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können.